Wir ermahnen aber euch als Mithelfer, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget. Denn er spricht, Ich habe dich in der angenehmen Zeit erhöret und habe dir am Tag des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Lasset uns aber niemand irgendein Ärgernis geben, auf das unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allen Dingen, lasset uns beweisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhen, in Arbeit, in Wachen, in Fasten. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in dem Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte, als die Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht ertötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts innehaben und doch alles haben. O ihr Korinther, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, unser Herz ist getrost. Unterhalben dürft ihr euch nicht ängsten, dass ihr euch aber ängstet, das tut ihr aus herzlicher Meinung. Ich rede mit euch, als mit meinen Kindern, dass ihr euch auch also gegen mich stellet und seid auch getrost. Ziert nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit für Genieß mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für eine gleiche mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht? Ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Dieweil wir nun solche Verheißung haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Fasset uns, wir haben niemand leidgetan, wir haben niemand verletzt, wir haben niemand vervorteilet. Nicht sage ich solches, euch zu verdammen, denn ich habe droben zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, mitzusterben und mitzuleben. Ich rede mit großer Freudigkeit zu euch, ich rühme viel von euch, ich bin erfüllet mit Trost, ich bin überschwänglich in Freuden, in aller unserer Trübsal. Denn da wir in Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir in Trübsal, auswendig Streit, inwendig Furcht. Aber Gott, der die Geringsten tröstet, der tröstet uns durch die Zukunft, Titti, nicht allein aber durch seine Zukunft, sondern auch durch den Trost, damit er getröstet war an euch und verkündigte uns euer Verlangen, euer Weinen, euren Eifer, um mich also, dass ich mich noch mehr freute. Denn dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, reuet mich nicht. Und ob es mich reute, so ich aber sehe, dass der Brief vielleicht eine Weile euch betrübet hat, so freue ich mich doch nun nicht darüber, dass ihr seid betrübt worden, sondern dass ihr seid betrübt worden zur Reue. Denn ihr seid göttlich betrübt worden, dass ihr von uns ja keinen Schaden irgendwo genehmet. Denn die göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Reue, die niemand geräuet. Die Traurigkeit aber der Welt wirket den Tod. Siehe dasselbe, dass ihr göttlich seid betrübt worden, welchen Fleiß hat es in euch gewirket? Dazu Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache? Ihr habt euch bewiesen in allen Stücken, dass ihr rein seid an der Tat. Darum, ob ich euch geschrieben habe, so ist es doch nicht geschehen um des Willen, der beleidigt hat, auch nicht um des Willen, der beleidigt ist, sondern um des Willen, dass euer Fleiß gegen uns offenbar würde, bei euch vor Gott. Der Halben sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid. Überschwänglicher aber haben wir uns noch mehr gefreut über der Freude Titti, denn sein Geist ist erquickt an euch allen, denn was ich vor ihm von euch gerühmet habe, bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern gleich wie alles wahr ist, dass ich mit euch geredet habe, also ist auch unser Ruhm bei Tito wahr geworden. Und er ist überaus herzlich wohl an euch, wenn er gedenket an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern habt aufgenommen. Ich freue mich, dass ich mich zu euch alles verstehen darf. Jo, 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 gut. Sippt Hustensaft und artikuliert euch wie ich. Sprachfehler sind jetzt im Trend, Dicker. Bereut nichts wie ich. Das ist Bildung. Jo, wir sprechen genauso wie unser Vorbildmusiker XY, Dicker. Wir bereuen nichts. Haltet ein, das Böse ist durch eure Augen und Ohren in euer Inneres eingefallen. Nun ertönt es als allgemeine Bildung aus eurem Mund. Beachtet auch die Weisung aus Exodus Kapitel 23 Vers 2. Du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen. Deshalb werft diese schädlichen Geräte weg. Was ihr gesehen und gehört habt, ist in eure Seele gedrungen. Ihr seid nun ein Abbild des Bildschirmes und wurdet zur neuen heiteren Jugend. Schweigt! Der Bildschirm ist das Maß unserer Norm, unser Vorbild, nach dem wir uns weiterbilden und unsere höchste Realität. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Gee! andet die